Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur. Heute schauen wir uns wieder einmal eine Kreuzung, eigentlich sind es zwei Kreuzungen in Klagenfurt an, damit du leichter bei der Prüfung durchkommst. Bleib dran bis zum Schluss, es gibt ganz wichtige Tipps für deine Führerscheinprüfung. Wir haben in Klagenfurt gerade in unserem Einzugsgebiet von unserem Übungsplatz zwei Kreuzungen, die immer wieder Probleme machen bei der Führerscheinprüfung. Ich habe dir hier einen Link dazu gefügt, wo du eben schon schwere Kreuzungen findest. Heute schauen wir uns noch zwei an, nämlich beim ehemaligen Hypo-Alpe-Adria-Gebäude. Da gibt es zwei Kreuzungen, die immer wieder für Schwierigkeiten sorgen. Schauen wir uns zuerst einmal die unter Anführungszeichen leichte Kreuzung an, nämlich wenn man hinter dem Hypo-Alpe-Adria-Gebäude vorbeifährt. Da hast du zuerst einmal, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, wenn du hinter dem Sinne City Parkplatz durchfährst, hast du eine Kreuzung. Wenn du genau schaust und aufmerksam bist, siehst du, dass geradeaus ein Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge ist, ausgenommen Anrainer, also wenn du da drinnen wohnst, kannst du natürlich geradeaus weiterfahren. Hier wird der Prüfer dir einmal nichts sagen, sondern du musst selbst entscheiden, okay, ich bin jetzt kein Anrainer, ich will auch nicht dort rein, deshalb muss man rechts abbiegen. Also hier wird dir der Prüfer keine Anweisung geben, das musst du selbst entscheiden. Dann kommen wir zu der Kreuzung, wo es zum Router Möbelhaus geht, und hier ist vor allem das Linksabbiegen immer wieder ein Problem. Denn wenn du genau schaust, stehst du bei der Kreuzung so ein bisschen nach rechts, so sind die Bodenmarkierungen hier. Wenn die Ampel dann grün wird, dann musst du in die Kreuzung reinfahren und die Abbiegespur nach links ist relativ weit auf der linken Seite. Hier darf man nicht zu lange geradeaus reinfahren, sondern muss wirklich sich dort in diese Abbiegespur bewegen. Wenn Gegenverkehr kommt, muss man den abwarten, ansonsten kann man natürlich weiterfahren. Wir fahren dann meistens zu unserem Übungsplatz, deshalb bleibt gleich auf der rechten Seite, wenn kein Gegenverkehr kommt oder kein Rechtsabbieger ist. Ein bisschen blöder ist dann schon die Kreuzung, wenn man von der Kudliggasse auf die Völkermakterstraße abbiegen möchte. Und vor allem, wenn man von der Kudliggasse links Richtung unserem Übungsplatz weiterfahren will. Du musst dich einmal links einordnen und dann musst du bitte aufpassen, dass der Gegenverkehr könnte entweder geradeaus fahren oder von sich aus links abbiegen. Das Problem dabei ist, das habe ich dir in diesem Video zusammengestellt, manchmal sieht man es nicht, wenn der hintere geradeaus fahren will, weil man den Blinker nicht erkennen kann. Das heißt, wenn du vorne ein, zwei Fahrzeuge hast, die jetzt von sich aus gesehen links abbiegen im Gegenverkehr, auf die bräuchte man ja eigentlich nicht aufpassen, aber der dritte, in dem Fall dahinter, möchte geradeaus fahren, der hätte natürlich Vorrang. Manchmal machen es die Autofahrer auch so, dass sie auf die rechte, also auf die mittlere Spur eigentlich hinfahren, bei der ganzen Kolonne vorbeifahren. Eigentlich müssten sie dann rechts abbiegen, machen sie aber nicht, sie fahren geradeaus weiter, weil eben heute niemand mehr warten kann. In jedem Fall hätte der Gegenverkehr Vorrang. Wenn du jetzt nach links abbiegst, kann aber auch Folgendes passieren, dass kein Gegenverkehr jetzt, der geradeaus fahren will, gegenübersteht, aber die anderen beiden Spuren, die jetzt von sich aus gesehen ebenfalls startauswärts auf der Völkermark der Straße fahren, hätten natürlich auch Grün und natürlich Vorrang. Das heißt, du darfst nicht davon ausgehen, dass die linke Spur, wenn du jetzt der Linksabbieger bist, unbedingt für dich frei ist. Es könnten beide Spuren durch die entgegenkommenden Rechtsabbieger belegt sein. In jedem Fall, wenn dir nicht klar ist, wer dort Vorrang hat, bitte lieber warten, bis der Gegenverkehr stehen bleibt. Und wenn das so ist, dann darfst du natürlich rausfahren. Kannst auch gleich den linken oder den rechten Fahrstreifen wählen, wie es dir passt. Hier der Bonus-Tipp. Wenn du dir nicht sicher bist, bleib stehen, warte den Gegenverkehr ab. Man kann nicht davon ausgehen, dass auch die Autofahrer immer blinken. Das wäre im Fall eines Unfalls dann dir eine Beweislast, die du bringen musst. Also du müsstest beweisen, dass der Gegenverkehr jetzt in dem Fall nicht geblinkt hat. Und das wird manchmal sehr knifflig. Ich hoffe, wir haben dir wieder bei zwei Kreuzungen gezeigt, wie es richtig geht, damit du bei der Prüfung durchkommst. Wir freuen uns schon wieder auf nächste Woche, wenn es wieder heißt auf die Wohlspur. Bis dahin, schön rechts fahren. Bis dahin, schön rechts.